Das ist ein einzig Fassi. Ich kann auch vielleicht mal... Und wie soll ich das? Also nein, oder... Und wie kann ich das? Das ist ein einzig Fassi. Ich kann auch vielleicht mal nach dem Furcht, da muss ich jetzt auch noch ein Fleckchen drauf. Aber der Wurst, der Schwung, das sehen Sie auch, das ist beschrieben, das kann man nicht... Nicht Fassi. Nicht Fassi. Ja, das ist so. Obel, was mein... Obel, das ist heute heißen, da ist obel, dann kann ich es auch umgekettet. Was mein... Obel, das ist heute heißen, da ist obel, dann kann ich es auch umgekettet. Der Schwung, das sehen Sie auch, das ist beschrieben, das kann man nicht... Ja, das sehen Sie auch. Das ist beschrieben, ne? Ja. Das kann man nicht... Nicht Fassi. Nicht Fassi. Ja. Das kann man nicht... nachfühlen werden. Ja, ja. Der Egoismus... Ja. Aber was toll ist, dass ich... Da sagt der Wippers eines Tages, weißt du was, du bist mein Feind, weil du kümmerst dich ja über andere Künstler. Aber wer, wenn du da nicht stehst, dann wer wünscht die Fahrt. Und dann habe ich gehört, ihr habt irgendwelche Preiskategorien wie was... Ja, ich habe auch Auspreise. Wir haben die kleinen Formate kosten 199, die mittleren Formate kosten 399, und die Großformate kosten 699. Katalog, normale Ausführungen 66 Euro, und der mit Anzeichnung, also Originalzeichnung, der 399. Und, wichtig ist, er kann entscheiden, was großes oder kleines Format ist, ne? Ja, und zwar geht es. Schließend kann sich Fassi. Ich kann auch vielleicht mal nach fünf, da und dann, bis jetzt, dann auch noch ein Fleckchen brauchen. Der Schwung, das seht ihr auch, Das ist geschrieben, ne? Ja. Vielen Dank. Ja, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Veronika Bohrmeister, lieber Joachim Bohrmeister, liebe Familie Bohrmeister, lieber Ralf Jentsch, liebe Freunde und Fans, liebe Dackel. Ich könnte Ihnen gut meinen Beitrag im Katalog vorlesen. Aber da heute Nachmittag so ein Nieselwetter war, habe ich mich nochmal hingesetzt und etwas Leichtes geschwiegen für den sonnigen Abend. Und das wollte ich jetzt Ihnen zu Ohren bringen. Nun, es will mir scheinen, als laufen lange Linien von sehr weit her und von lange vorbereitet auf diesen Moment zu. 20, 30 Jahre, was sage ich, 300, 400 Jahre und mehr. Angelika Kaufmann von den Goethes grüßt von der Wand. Griechische Prinzessinnen, alterslose Schönheiten. Das alte Venedig und natürlich der unsterbliche blaue Dackel. Und es will mir wohl so scheinen, dass ich alles Erdenkliche unternommen habe, selbst der wirklich schöne Katalog ist gar nicht geworben, um hier heute zu stehen, damit mir dieser Niemie Bohrmeister ausnahmsweise schweigend zuhören muss. Ich erinnere mich genau an das Blau der Gartenstühle, die da um den kreisrunden Springbrunnen standen, die Goldfische darin, die grasgrünen Fensterschläge oder immer etwas zu Weimar gelben Fassade aus dem Westen 19. Jahrhundert. Und weiter hinab in die Stadt, an Satu Spirito vorbei, links zur Baranacci-Kapelle, zu Massaccio und Philippino Lidin. Aber genug dauernd. Irgendwann, wohl 20 Jahre später, begann Bohrmeister zu malen. Tatsächlich. Wir durchwunderten eine Max-Liebermann-Ausstellung in Bonn und Bohrmeister sah, wie schön der Liebermann Hunde malen konnte. gut, 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 gut. Sehr verehrte Damen und Herren, sehr verehrte Damen und Herren, Veronika Brummeske, Veronika Brummeske.